Hi Leute, ich bin wieder in Deutschland. Ich wollte heute mal zwischenrein ein kleines Video machen. Und zwar kommen jetzt eigentlich noch ein paar Videos aus Sri Lanka. Aber ich bin jetzt schon wieder zurück. Und es war auch echt krasser Kontrast. Ich bin zurückgegangen und dann erstmal wieder im Schnee spazieren gegangen in den Weinbergen. Die Tage. Und bin jetzt auch noch nicht lange daheim. Aber jetzt habe ich hier erstmal wieder Internet. Jetzt kann ich hier mal wieder Sachen aufbauen. Und ich hatte so viele Dinge, die ich eigentlich die ganze Zeit machen wollte. Aber ich konnte jetzt im Prinzip nicht viel online machen. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit schon Webseite, E-Books sowieso schon länger noch fertig schreiben. Und den Start vom Happy Life Kurs eben. Und den wollte ich euch heute auch ankündigen. Und ja, dann auch noch einen kleinen Review zum Retreat und so weiter geben. Also da kommt noch ein Video aus Sri Lanka. Und es kommt auch noch ein Abschlussvideo aus Sri Lanka, wo ich nochmal ein persönliches Update gebe. Das kommt in einer Woche ungefähr. Genau. Und auch nochmal zum Fasten, zum Retreat, wie es lief. Ja, nochmal ein Rückblick auf den Retreat und auf die Zeit in Sri Lanka. Wollte ich noch was zusammenschneiden. Das dauert noch ein bisschen. Ja, weil ich auf Sri Lanka eben dazu einfach nicht gekommen bin, weil ich da keine Zeit zu hatte. Kein Internet. Und hier habe ich jetzt wieder mehr Internet und werde neue Webseite aufbauen. IUM.World. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Und da werde ich noch alles übernehmen. Die ganzen Retreats, die Kurse, Bücher und das Ganze. Heute wollte ich euch aber nochmal den Start vom Happy Life Kurs ankündigen. Und zwar gibt es wieder einen gemeinsamen Start. Und da freue ich mich total drauf. Weil ich habe es jetzt auch, ja, das Video, wo er jetzt mit dem Fasten zum Beispiel noch kommt, mit dem Retreat. Ich habe es wieder gesehen, wie viel da funktioniert. Wie viel man da machen kann. Wie die Leute sich entwickeln. Wenn man da wirklich gemeinsam was macht und sich gemeinsam unterstützt, hilft, austauscht und jeder trotzdem die Eigenverantwortung übernimmt. Aber man immer den Rückhalt der Gruppe hat, um sich auszutauschen, eben um Fragen zu stellen. Und deswegen auch halt jetzt wieder der gemeinsame Start vom Happy Life Kurs. Und da freue ich mich total drauf. Und es wird wieder vier Live Q&As geben. Einmal zum Start und dann zwischendrin immer in den 30 Tagen. Ja, fast jede Woche, wo jeder sich dann, ja, austauschen kann. Und es ist wieder mit Rohkost-Buddy. Ihr bekommt, ja, wieder ein Buddy zugelost und könnt euch da eben austauschen. Und, ja, ich bin wieder total gespannt, was da so entstehen wird. Und auch beim letzten Start war es super schön zu sehen. Und da waren Leute dabei, die sich dann irgendwie, ja, über 300, 400 Kilometer getroffen haben. Da sind irgendwie Freundschaften draus entstanden. Jetzt auch bei den Retreats. Da waren, ja, Leute dabei, die sich jetzt wieder treffen. Die sich jetzt in Thailand wieder getroffen haben. Oder die Leute, die jetzt das zweite Mal beim Retreat dabei waren. Und, ja, es ist einfach schön zu sehen, wie da immer mehr entsteht. Immer mehr Gemeinschaft entsteht. Ich habe jetzt auch eine Facebook-Gruppe gegründet. IOM Community. Und wenn ihr wollt, geht da rein. Ist unten in der Infobox verlinkt. Und, ja, da können wir uns einfach gegenseitig austauschen, unterstützen. Und gerade in Deutschland, ja, da gegenseitig ein bisschen motivieren. Ja, da freue ich mich auch total drauf, weil das eben einfach ein Projekt ist, das ich auch 2018 immer mehr vorantreiben wollte. Immer mehr Verknüpfung schaffen. Immer mehr, ja, austauschen. Den Fokus auf diese Gemeinsamkeiten legen. Auf die gemeinsame Entwicklung. Auf die gemeinsame individuelle Entwicklung. Ja. Und, drum der Happy Life Kurs, der startet jetzt am 12. März. Also es ist Montag. Genau, Montag ist gemeinsamer, ja, Start. Und, genau, bis zum 4. März gibt es noch einen Gutschein. 10 Euro Gutschein, wenn ihr euch bis dahin anmeldet. Genau. Und ansonsten, ja, ich freue mich, ja, jeden von euch im Kurs wiederzusehen. Schaut euch nochmal das Video zum Kurs direkt an. Ist in der Infobox verlinkt. Also es ist eben ein 30-Tage-Kurs, die Ernährung umzustellen, langsam, schrittweise. Und Meditation in den Alltag einzubauen. Einfach immer bewusster zu werden. Persönlichkeitsentwicklung praktisch. 30 Tage, Happy Life Kurs. Immer mehr Glück ins Leben zu integrieren. Aber das wieder zu erkennen. Jeden Moment. Ja, darum geht's. Und, ja, ich freue mich drauf. Wieder auf den Austausch. Ihr könnt da direkt eure Fragen. Alle anderen, die mitmachen, stellen. An mich stellen. Und, ja, ich freue mich auf eine schöne Zeit. Hier unten ist ein Link zum Kurs. Könnt ihr nochmal alles anschauen. Die ganzen Infos. Alles nochmal genau aufgelistet. Und schaut euch das Intro-Video an. Ja, Inhaltsbezeichnis praktisch. Und, ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Genießt die Sonne. Und, macht's gut, Leute. Ich werde nochmal ein extra Video dann zu machen. Und es werden jetzt nochmal wieder weitere Videos aus Deutschland kommen. Wie gesagt, die nächsten eineinhalb Wochen kommen noch ein paar Videos aus Sri Lanka. Ich habe da bestimmt noch vier, fünf Stück auf Lager. Ja, genau. Ja. Und dann gibt's wieder was aus Deutschland. Ansonsten macht's gut. Bis dann im Kurs. Ciao. Bis dann. Ich hoffe.